Ich würd sagen, wir beginnen mit den Rhylax, oder? Okay, okay, okay. Ja? Okay. Ah, ich muss auch noch Geld dafür. Hedge now. Okay, das heißt, ich muss noch... Siehst du, ich geb noch mehr Geld aus, um die jetzt sofort zu öffnen. Und was ziehen wir? Oh, krass. Hey, Leute, was geht? Und herzlich willkommen bei Zock mit mir, Baby Claudio, hier mit... Äh, noch niemanden. Aber, aber, ich hab heute was ganz Cooles vor. Ich werde jetzt Baby René erstmal suchen, und dann werden wir, oder dann werde ich Royal Eggs öffnen. Denn, ihr wisst ja, Mama Dania und Baby Khan haben ganz viele Eier gekauft, und das Ganze wollen wir natürlich nachmachen, und ich möchte auch so ein cooles Haustier bekommen. Ich werde das Baby René überraschen und ihm gleich von meiner Idee erzählen, und ich hoffe, er ist so aufgeregt, wie ich. Und ich hoffe, ich ziehe was Cooles. So, wo ist dein Baby René? Ey, Baby René, zieh ständig um. Ich schrei mal einfach. Baby René? Ja? Hallo? Ja, wo bist du? Komm mal raus. Okay. Ja, äh, ich seh dein Haus schon wieder nicht. So, ich glaub aber, eigentlich müsstest du hier wohnen. Oh. Ja, hier bin ich. Hallo? Äh, Baby René, ich muss dir was Cooles erzählen. Okay, dann erzähl mal. Okay, halt dich fest. Okay, äh, ja, an wem soll ich mich denn festhalten? An dir? An dem Auto hier. Okay, hab mich festgehalten. Äh, du weißt ja, was Mama Dania und Baby Khan mit den Royal Eggs gemacht haben, oder? Äh, ja, die haben die geöffnet. Ja, ganz genau. Ja gut, was soll man noch mit Royal Eggs machen? Ja. Ja, und weißt du, was wir heute machen? Äh, die essen? Äh, nein. Achso, äh, steig ein. Die klauen von denen schon wieder? Steig ein. Okay. Nein. Da haben wir schon wieder welche von denen klauen. Nein, wir klauen heute keine Royal Eggs, nein. Achso, schade. Sondern wir gehen jetzt dahin und wir kaufen jetzt Royal Eggs. Oh, okay, krass. Beziehungsweise ich kaufe Royal Eggs und wir öffnen die dann und dann reagierst du darauf und ich hoffe, wir ziehen was Cooles. Okay, okay, du willst ganz viele Royal Eggs also kaufen? Ja, ähm. Krass. Woher hast du denn so viel Geld? Ja, okay, ich hab... Und wie viel kriege ich ab? Alle oder die Hälfte, oder? Wir schauen mal, wie wir reden. Okay, also alle... Oh, okay. Ich erzähl dir das noch von meinem Plan. Krass, okay, krass. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich hab bei Mama Dania und bei Baby Khan gesehen, die haben ganz viele Royal Eggs gekauft. Ich glaube, jeweils zehn. Das machen wir natürlich nicht. Also, ich möchte das nicht. Ich kaufe fünf. Okay, und den Rest gibst du mir? Nee, und ich kaufe fünf, aber dafür kaufe ich 20 weitere Reihe. Ja, aber weißt du, welche? Okay, und die 20 sind für mich. Genau, das sind diese Cracked Eier. Weißt du, warum? Nee, warum? Weil ich möchte gerne ein Neon-Haustier haben. Und dafür muss ich ja ganz viele Haustiere haben. Das ist natürlich eine gute Idee. So, Baby René. Okay, okay. Ich würde sagen, ich kaufe jetzt einfach mal erst mal fünf Stück. Okay. Oh, 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 oh. Kann ich auch mal anfassen? So, Baby René. Ja, was? Komm. Okay, okay. Dann willst du die jetzt schon öffnen oder erst alle kaufen? Nee, ich kaufe erst alle. Okay. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh mein Gott. Sechs. Woher hat der denn so viel Geld? Sechs, ey, ich kann nur sechs haben. Ah, da. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Und zwanzig, Baby René. Okay. Krass. Okay, okay. Dann kannst du mir jetzt alle geben. Okay. Hier, ich mach die Hand auf. Mit welchem beginnen wir? Ähm, naja, also irgendwie kann ich kaum noch abwarten, die Royal Eggs aufzumachen. Okay. Das ist deine Entscheidung, wie du möchtest. Ich würd sagen, wir beginnen mit den Royal Eggs, oder? Okay, okay, okay. Ja. Okay. Ach, ich muss auch noch Geld dafür. Hedge now. Okay, das heißt, ich muss doch... Siehst du, ich geb noch mehr Geld aus, um die jetzt sofort zu öffnen. Und was ziehen wir? Oh, krass. Das ist ein roter Drache. Baby René, das ist der rote Drache. Den wollten wir doch beide haben von Mama Dania. Stimmt. Ach ja, der ist das. Ja, das ist der Dragon. Das ist der rote Drache. Den hast du jetzt also auch. Das ist auch schon mal echt gut. Baby, wollen wir es hier öffnen oder sollen wir zu dir nach Hause? Was sagst du, Baby René? Wir können auch, wie du möchtest, das ist so eine Eier, deswegen ist das deine Entscheidung. Wir können hier natürlich direkt immer schauen, ob das selten ist. Den roten Drachen, den suche ich hier gerade. Aber gut, ich kann hier einfach schauen, ob er selten ist. Warte, Baby René. Das geht natürlich auch. Das sagenhaft, Baby René. Oh mein Gott. Das ist natürlich schon krass. Wir machen weiter mit dem nächsten Royal Egg, oder? Okay, okay, okay. Also wenn er ein zweiter roter Drache ist, dann wissen wir, wer den bekommt. Ja, natürlich, Baby René. Ui, da ist sie. Und Shiba Inu. Da hast du jetzt auch schon von zwei. Das heißt, da kannst du bald auch schon Neon-Pad machen, glaube ich, oder? Ich könnte davon Neon-Pad machen. Aber, Baby René. Oh mein Gott. Danke, Baby Claudio. Ja, da wir Freunde sind... Das habe ich jetzt. Du bist wirklich ein guter Freund, danke. Ja, ich weiß ja, du wolltest ihn unbedingt haben. Deswegen habe ich jetzt gesagt, komm, weißt du was. Und, Baby René, komm, ich gebe dir ein Ei. Und du kannst mal auch gerne eins öffnen. Oh mein Gott, danke. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich habe das eigentlich immer zum Spaß gesagt. Ich kann dir das Ei leider nicht geben. Ich muss mit dir traden dann. Okay. Weißt du was? Du kriegst auch was zurück. Was denn? Du kriegst auch was ganz, 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 ganz tolles zurück. Nämlich. Also, das sieht jetzt erst wie ein Spielzeug aus. Okay, dann nehme ich meine Eier alle zurück. Dann kriegst du das. Okay, okay. Ich lege noch was drauf. Ich lege noch was drauf. Nö. Nö, du kriegst nur das Royalec. Ich wollte dir... Oh, Antenstock. Vielen, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Ich wollte dir eigentlich fünf Eier geben, aber da du mir jetzt sowas anbietest, gebe ich dir jetzt gar nichts. Also, okay, ich gebe dir nur ein Royalec. Ja, das reicht mir auch schon. Aber ich würde sagen, du öffnest deins zum Schluss, weil dann... Aber du hast ja jetzt gleich ganz viele Haustiere, aber kein Spielzeug. Deswegen ist das Spielzeug, was ich dir jetzt gebe, eigentlich noch viel wertvoller. Baby René, von den Stöckern habe ich Unmengen. Da habe ich schon zu viele. Ach so, das... Baby René, du hast Shiba Inu krank gemacht. Du hast meinen Shiba Inu krank gemacht. Na gut, Baby René, wir machen weiter. Was sagst du? Ja, okay, machen wir. Und wir ziehen mir jetzt... Ich hoffe, so sehr, wir ziehen den Einhorn. Und... Ein Biber. Das ist ein Biber. Ich glaube, kann es sein, dass wir... Ach, nee, ich habe noch keinen. Okay, und das ist mein letztes Royalec. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Da bin ich jetzt gespannt, wenn da jetzt das Einhorn drin ist. Komm schon. Und... Bunny ist da drin. Ist ein Bunny. Auch nicht schlecht. Ist selten. So, Baby René, willst du deins öffnen oder soll ich erst jetzt... Ja. Doch, 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 ich will meins öffnen. Okay, jetzt bin ich krank. Also... Ich hoffe, so sehr, du ziehst jetzt nicht das Einhorn. Das wäre so, 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 so gut. Und was kommt jetzt? Noch ein Shiba. Baby René, uns fehlt nur noch ein Shiba Inu. Komm, Baby René, wir gehen erst mal ins Krankenhaus, dann können wir... Dann können wir Neon Shiba Inu machen. Ui, cool. Baby René, wir gehen erst mal ins Krankenhaus. Ich glaube, weil wir krank sind, das bringt nicht so viel Glück. Und die Haustiere sollen ja gesund aufwachsen und nicht. Ganz genau. Das wäre schon kein gutes Aufwachsen. Baby René, ich bin so nett und schenke dir ein Shiba Inu. Und was passiert? Hey, du ziehst den... Och, Mann. Aber ich gönn's dir. Danke. Vielleicht hast du ja noch weitere, oder haben wir noch weitere in den Eiern, die danach kommen? Ja. Mhm. Ja, ich hoffe... Ich muss ehrlich gestehen, ich hoffe einfach, dass ich gleich bei den Cracked Eggs, also bei den normalen Eiern einfach... Wie groß ist der denn? Dass ich einfach vier Haustiere gleich habe und die ich dann zu einem Neon-Haustier machen kann. Weil das hätte ich gerne. So ein Snowpuma oder so. Was hat der denn genommen, dass der hier so groß ist? Wer denn? Komm mal zu mir, komm mal in den anderen Raum. Ui, ui, ui. Baby René, bist du das? Nee, das bin ich nicht. Der hat die gleiche Frisur, aber der ist ein paar Zentimeter größer. Oder eher ein paar Meter. Ui, und die Dame ist auch riesig. Schau mal. Stimmt. Was haben die denn alle? Die haben auf jeden Fall heute gut gefrühstückt. So, Baby René, wohin gehen wir jetzt? Wir gehen... Äh... Wo bist du? Zurück. Von mir aus können wir die Eier auch hier aufmachen. Aber wie gesagt, das ist deine Entscheidung. Und wir öffnen die jetzt hier auf der Brücke. Okay, okay, okay. So, wir beginnen. Wie können wir die denn öffnen? Jetzt schnau. Ui, die kosten ja auch so teuer. Komm. Na gut, dann öffnen wir die. Und... Oh, da drin ist ein... Ein Snowcat. Ach, das ist ein Snowcat. Ich dachte, es wäre Snowpuma. Och man, ich habe mich gerade schon zu früh gefreut. Also, die finde ich aber auch... Die sind vielleicht jetzt nicht ganz so selten oder nicht sagenhaft, aber schön sind die auch. Ja, das stimmt. So, wir öffnen weiter. Oh, noch ein Shiba Inu. Baby René, was machen wir? Das heißt, wir haben jetzt beide zwei. Oh, was machen wir jetzt? Wir machen... Neon Shiba Inu. Wer kriegt den aber? Ich würde sagen... Das ist natürlich eine klare Sache, wer den kriegt. Ich würde sagen, ich öffne erstmal die weiteren Eier, vielleicht sicher noch ein drittes. Ja. Dann würde ich sagen, aber dann kriege ich es, weil dann habe ich drei und dann schenkst du mir einen, dann passt das ja. Schauen wir mal. Ich würde sagen, du ziehst jetzt noch eins und dann kriegt Baby René zwei. Baby René, ich... Wer möchte, dass Baby René das Shiba Inu gibt, bitte in die Kommentare schreiben. So, Baby René, jetzt öffnen wir das nächste. Ja, okay, okay. Baby René, was sagst du dazu, dass ich heute so viel ausgebe? Ich finde das schon echt krass. Och, das ist ein Hund. Ich kann vielleicht Daniel zu Neon machen. Stimmt. Da schaue ich auch direkt mal nach, ob ich einen zweiten Hund habe. Ich glaube, ich habe nur einen. Ja. Und noch ein Hund, aber das ist ein Labrador, also eine andere Rasse. Das ist ein Schokoladenlabrador, aber... Okay, und direkt das nächste Ei. Ja, Baby René, wir fackeln gar nicht lange, sondern wir öffnen einfach. Nee, nee, nee. Heute wird nicht so viel geredet. Hier wird nicht lang gefackelt. Und noch ein Hund. Baby René, ich kann jetzt ein... Ja, wir haben es geschafft. Ich kann jetzt ein Neonhorstier machen. Ich habe es geschafft. Okay, das musst du gleich direkt mal machen. Ja. Wir schauen aber erst mal, was hier sonst noch ist. Huh? Ah, okay, da kommt was. Das ist ein Otter, oder? Ein Otter. Den hast du, glaube ich, auch schon, oder? Ich habe jetzt noch 10 Eier, Baby René, oder sogar mehr. 11 Eier. 10 Eier hast du noch. Okay. Sollen wir die erst öffnen, oder sollen wir jetzt erstmal unser Neon... Weil wir haben das Ziel jetzt erreicht. Okay, wie du möchtest. Also du kannst auch gerne erst das Neonhorstier machen. Ich würde sagen, ich habe jetzt noch 11 Eier, aber die öffne ich jetzt nicht, sondern ich gehe jetzt mir das Neonhorstier machen. Wo können wir denn hin, Baby René? Äh, wir müssen unter die Brücke gehen, ne? Das kann gut sein. Das weißt du nicht, Baby René. Du weißt nicht, wo man das... Oh, Baby René. Ich habe ja auch von nichts drei Haustiere. So, jetzt müssen wir schauen. Wo ist... Wo ist denn... Ich muss schauen, welche Brücke das war. Auf jeden Fall. So, ich glaube hier. Da hast du recht, Baby René. Bist du schon richtig? Ja. Baby René, bist du schon so aufgeregt wie ich? Ja, das bin ich. Tatsächlich. Ich finde es aber... Oh, hi, Nixi. Ich finde es aber cool, dass ich... So, ich wähle erstmal jetzt aus. Hast du... Du hast jetzt also viermal einen Hund? Ja. Okay. Dann sollte das jetzt funktionieren. Oh nein, Baby René. Haustiere müssen ja ausgewachsen sein, um ihren Geist zu vereinen. Das heißt... Ach so. Okay, dann wird das nix. Aber, Baby René, immerhin haben wir unser Ziel geschafft. Ich habe vier gleiche Hunde, die ich dann irgendwann zu einem Zeitpunkt zu einem Neonhorstier machen kann. Ganz genau. Das heißt, ab jetzt wird auf jeden Fall dein Hauptjob sein, dass du hier die Hunde erziehen musst. Ja, ich werde der neue Hundetrainer. Ganz genau. Aber, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch da. Und, Baby René, wie hat es dir gefallen? Mir hat es auch sehr gut gefallen, weil ich habe ja auch sogar was bekommen. Natürlich hat es mir dann gefallen, denn, man Schieber, Inu und ich, wir werden jetzt auf jeden Fall auch jede freie Minute miteinander verbringen. Ja, super. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ganz genau. Tschüss. Tschüss.